Es geht wieder ins Disneyland bei strahlendem Sonnenschein. Hallo mein Lieben, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu einem weiteren Vlog hier aus Disneyland Paris. Für uns ist es eigentlich der zweieinhalbste Tag, wenn man das Jahreskarten-Event mit dazu zählt am Freitagabend. Es ist relativ früh, weil uns wurde ja die Stunde geklaut. Es ist jetzt zehn vor neun und wir wollen noch versuchen ein paar Minuten von der extra Magic Hours mitzunehmen. Denn ich würde gerne noch ein paar Bilder beim Karussell machen und einmal mit dem Karussell fahren natürlich. Und ansonsten haben wir auch viel in der Tagesordnung. Also gestern als Prina und Daniel da waren, war es ja immer so, ach ja, wir gucken mal hier essen, da essen, dort essen. Heute ist es eher, wir müssen noch das machen, wir müssen noch das machen und wir müssen noch das erledigen. Also heute ein bisschen geplanter, strukturierter. Wir wollen auch noch Mini treffen in ihrem Stella McCartney Outfit. Da habe ich auch noch mein Kleid dabei im Rucksack. Ja, also begleitet uns heute bei dem wunderschönen Wetter. Soll 21 Grad werden. Ich habe auch heute keine Jacke mitgenommen. Nur halt dieses Woll-Woll-Ding. Ich habe auch heute eine große Bauer in der Mitte Ecke. Möchtern Rollsberg-Icke. Ufa und Woll, ich habe auch heute eine große Rakzandale ausgesst Rocky-Aktar. walk in und jederzeit in der Mitte Ecke. Das ist jetzt alles. Komm, ich bin, ich bin für immer noch ein paar Minuten. Komm, ich bin, ich bin, ist nicht mehr fähig, aber ich bin. Wir haben jetzt zwei. Viertel nach zehn oder zwanzig nach zehn. Wir haben echt schon viel geschafft. Wir haben Bilder gemacht beim Karussell. Ich bin Karussell gefahren. Ich habe das Merch-Video zu Ende gedreht für euch, was in den nächsten Tagen auch noch online kommt. Jetzt warten wir für die Show. Die kommt um zehn vor elf und dann gehen wir rüber in die Studios. Dabei haben wir nämlich auch noch ein paar Sachen zu erledigen. Das macht nicht Sinn! Wie wunderschön! Ja! Ich bin Karussell. 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 Your dreams come true When we bring together a world child brighter Your dreams come true Beautiful, even though you're singing Your future holds so much more Than we've ever seen before The sun meets your magical lukeps I wanna kiss you look me Oh 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 I wanna kiss you look me When I don't want you come true I don't want you darken wir gehen jetzt rüber in die studios mini wartet auf uns oder wir eher auf sie da muss man ja immer ewig anstehen aber sie ist ja nur bis ende märz da zum monat des was war das der frauenmonat märz ist anscheinend der frauenmonat der frauengeschichte was auch immer deswegen ist sie nur im märz da ja was ich noch sagen wollte ich glaube hier müssen wir raus was ich noch sagen wollte also zur show wir haben jetzt mit so vielen gesprochen und es kommt über die kamera tatsächlich gar nicht so rüber wie sie in echt ist ich war auch am anfangs über die kamera gesehen hat ja ist okay aber wenn man hier ist diese vibe diese stimmung diese musik diese charakter aber man merkt wirklich den tänzern und den charakteren an wie viel bock die darauf haben ist einfach genial die show ich kann mir sie fünf mal am tag angucken ist wunderschön läuft also wenn ihr die chance habt bis ende september sie zu sehen nutzt es nicht nur einmal wir habe jetzt von allen vier bühnen gesehen weil die charaktere wechseln ja natürlich das heißt man hat einen einblick auf viele viele charaktere und die standard charaktere mickey mini et cetera laufen alle vier bühnen ab also schaut euch die show unbedingt an es ist das darf man sich wirklich nicht entgeben vom 30 geburtstag ist einfach der knaller und hier gibt es einen neuen medic shot zum film rot oder red mit mei mei den machen wir jetzt mal ich habe mich schnell in mein outfit geschmissen für mini wir haben jetzt 12 uhr 4 und mini kommt um 13 uhr 10 und vor uns sind vielleicht zehn leute als wir sind nicht die ersten die hier warten wir haben aber einen schönen platz an der wand mit sitzkissen und bisschen sonne und so können wir auch gern eine stunde warten eine spiel eine stunde einen schönen platz an oder ein das ist ein das ist das ist Ich habe die Körpers. Sie sind nur die Körpers, Sie sind die Blü. Waaay! Wir machen ein Kachnista-Walk. Wir gehen zusammen. Können wir zusammen gehen? Wir machen ein Katt-Walk zusammen. 1, 2, 3... Pau, Pau. Pose, und pose, und turn around. Walk back. Pau, Pau, Pau. Waaay! We are ready for Fashion Week. Let's take some pictures. You look fabulous in your outfit. Love it. So cute. Holka-Dots everywhere. So. Also das war tatsächlich ein sehr, sehr tolles Meet & Greet mit Mini. Wir haben einen Fashion Walk gemacht. Die Frage ist, wer schickt jetzt die Bewerbung zu Heidi Klum? Und wer wird eigentlich genommen? Mini oder ich? Ich glaube, diese Frage wird unbeantwortet sein. Ich weiß schon, wenn Daniel hier wäre, hätte er mich direkt verarscht und gesagt, ich habe heute leider kein Foto für dich. Das wäre so dein Spruch jetzt gewesen. Aber man darf sich Zeit nehmen bei ihr. Das Anstehen lohnt sich tatsächlich wirklich. Leider ist ja nur bis 31. März hier. Also bis nächste Woche. Aber ja, sie ist trotzdem immer noch ein bisschen Schlafanzug für mich. Aber trotzdem, Mini nimmt sich Zeit für euch. Ich mache viele Fotos. Und ja, hat sich auf jeden Fall gelohnt das Warten. Ja, man sieht leider, dass das Disneyland Hotel stark renoviert wird. Kernsaniert gefühlt. Das Dach fehlt oben. Und ja, hier diese... Also es sieht nicht schön aus, aber es muss halt gemacht werden. Und da es direkt am Eingang steht, ist es natürlich... Sieht es halt jeder. Daniel ist gestern gefahren und ja, wir haben heute sein Dessert bekommen. Die weltbekannte Mousse. Hier wird es schon probiert und für allen von gut... Also alle sagen, es schmeckt super gut. Ich probiere gleich auch nochmal. Kostet 6 Euro. Hier bei der Old Mill. Um euch das auch mal zu demonstrieren. Die Waffen ist ausgekleidet mit weißer Schokolade. Und innen drin, ganz unten, findet ihr ganz kleine Ananasstückchen. Sehr lecker. Ja, vom einen Snack zum nächsten. Wir sind jetzt hier bei Café de la Puce. Und die Nina holt sich den Doe Whip. Ich und mir ein paar Nuggets. Und ja, dann haben wir eigentlich schon unseren Plan für den Park hier abgehakt. Ich wollte eigentlich noch Mary Poppins treffen. Also aber als wir zurück kamen von Minnie, war sie leider nicht mehr da. Sie ist normalerweise am Town Square. Vielleicht ist nur noch da, wenn wir rauslaufen, aber ich glaube eher nicht. Minnie war bei uns heute wichtiger in dem Outfit, weil sie ist ja nur noch begrenzter. Mary Poppins kann ich auch nochmal irgendwann anders treffen. Ich habe natürlich nur das Outfit angehabt, aber schade Schokolade. Ja, ich zeige euch gleich auch noch das Outfit, was ich gerade anhabe. Und dann ziehe ich mich nochmal um ins Mary Poppins Outfit. Ja, da sind die Nuggets und diese sind wirklich eine der besten Nuggets, die es hier gibt. Bei Café de la Puce und hier der Pineapple Whip Ananas für 5 Euro. Die Nuggets kosten 8 Euro. Bei dem Wetter muss man auch mal ein Dough Whip essen. Ich habe mich ja zwischenzeitlich mal umgezogen, aber ich möchte euch trotzdem beide Outfits noch zeigen. Und zwar, ja, das habe ich ja extra angezogen für Minnie Mouse. Mit den schönen lila Punkten gibt es bei Amazon. Kann ich euch den Link gerne unten in die Infobox packen. Ja, und die Ohren, die gab es, glaube ich, beim Disneyland Paris. Und dazu die Mary Poppins Tasche. Die ist zwar auch ein bisschen lila, passt also ganz gut dazu. Aber ist eigentlich für das Mary Poppins Auto, was ich euch gleich noch zeigen werde. Ich muss mich korrigieren. Ich hatte im letzten Vlog gesagt, dass das der ein Charme ist zum 30. Geburtstag. Das stimmt nicht. Wir sind gerade bei Pandora und die Frau hat sich fast schon regellich aufgeregt. Weil jeder hier ankommt und denkt, das ist der Charme zum 30. Geburtstag. Ist er nicht. Das ist einfach nur eine Postkarte. Hat die ähnlichen Karten, äh, Karten, Farben. Aber ja, es ist kein Charme zum 30. Geburtstag. Der kommt in den nächsten Wochen. Und weil mich auch so viele schon danach gefragt haben in den Kommentaren und auf Instagram. Nein, die Wasserspender funktionieren leider immer noch nicht. Wie ihr sehen könnt. Sobald sie es tun, werdet ihr es in meinen Vlogs und in den Stories erfahren. Ja, wir haben den Park verlassen, aber nicht für lange. Keine Sorge. Disneyland Paris Content kommt ganz, ganz bald wieder. Und zwar heute in zwei Wochen fahren wir schon wieder los. Disneyland Paris feiert ja am Dienstag in zwei Wochen. Ich weiß gar nicht, wann das Video rauskommt. Montag oder Dienstag. Also dann in zwei Wochen seinen 30. offiziellen Geburtstag. Und dann kommen wir natürlich auch wieder. Nina, Brina sind zu dritt. Drei Tage hier. Wir reisen Sonntag an, aber da gehen wir erst nur zu Primark. Und sind dann Montag, Dienstag, Mittwoch in den Parks. Der Daniel kommt ja am 11. abends und bleibt bis zum 12. mit Sven zusammen. Das heißt, wir sind alle wieder vereint. Das wird super. Wir gehen jetzt mal kurz ins Village. World of Disney, Fashion, Starbucks. Wir müssen noch ein paar Besorgungen machen und dann geht's ab nach Hause. Wir sind super, super müde, erschöpft. Man fühlt sich immer wie zehn Jahre älter nach so einem Dienstag in Paris Wochenende. Und jedes Mal denkt man sich, warum tut man sich das an? Aber man kommt in zwei Wochen einfach wieder. Weil es einfach magisch ist. Ja, hier im Fashion gibt es eine neue Kollektion. Teilweise gab es sie jetzt auch bei Shop Disney. Und zwar einmal hier dieses Sweatshirt für 45 Euro. Das ist hier so eine Schmuckablage. 18 Euro. Neue Tasse. Hinten steht Enjoy für 17 Euro. Trinkflasche. 25 Euro. Ich glaube, die sind jetzt nicht neu. Die gab es letztes Mal schon. Die sind Joyful. Da unten ist ganz dezent Bambi drauf. Ja. Ach hier, den habe ich euch vergessen zu zeigen. Das ist ein Mickey. Und zwar ist der ganz schwer am Hintern. Also der ist beschwert. Ich weiß nicht, wofür das gut ist. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall kann man den dann hier so hin platzieren. Kostet 35 Euro. Als Türstopper vielleicht. Ja, Nina und ich haben es für gut empfunden uns ein T-Shirt zu bestellen hier im Disney Fashion. Kostenpunkt mit Print. Ich glaube jetzt 31 Euro. Es gibt aber Jahreskartenrabatt. Und ihr könnt entweder das Design wählen. Oder hier so ein Design. Dann gibt es auch ein Frauenshirt in Slim Fit. Ist wirklich schön. Wir haben uns aber für das Design entschieden. Also wir haben nicht gewusst, dass es 20 Minuten pro T-Shirt braucht. Bis es fertig ist. Wollten eigentlich um 4 Uhr losfahren. Jetzt müssen wir halt erst um 5 Uhr losfahren. Ja, nicht mehr so frisch wie am Morgen. Jetzt am späten Nachmittag. Aber noch mein Mary Poppins Outfit. Mit den Mini Mouse Main Attraction Collection Ohren. Ich weiß gar nicht. Wir waren glaube ich im Juli da. Dann, ja. Sid Chopee bei Lounge Fly T-Shirt. Und passender Rock. Und viele fragen mich ja tatsächlich, wo ich die Röcke immer kaufe. Tatsächlich gibt es sie eigentlich nur in Amerika. Manchmal finde ich sie bei Ebay oder Amazon. Aber meistens kaufe ich sie direkt in Amerika. Entweder bringt sie mal einen mit. Oder den habe ich ja jetzt gekauft, als ich selbst in Orlando war. Aber die Tasche gibt es bei Amazon. Glitzer so schön. Glitzer so schön, ja. Hat mir eine liebe Followerin zugeschickt. Also vielen, vielen Dank dafür. Sonst hätte ich jetzt eine andere Tasche tragen müssen. Also das war mein Outfit. Ja, ich habe das eigentlich so den 3 Viertel des Tages heute angehabt. Ja und werden wir jetzt hier auf unsere T-Shirts warten. Schön im Schatten, denn es fühlt sich heute an, als wäre Juli. Es ist so warm und dann waren wir Ende März. Also krasses Wetter heute. Ja, wie gesagt, ich bin ja sehr bald wieder hier. Und in zwei Wochen, um genau zu sein. Also ihr müsst nicht lange auf Disneyland Paris Content warten. Bis dahin, ja, kriegt ihr noch anderen. Also ich habe ja noch das Merchandise Video, was ich hochlade. Ich habe noch Secure Lodge Video. Also ich habe noch ganz die Walt Disney World Vlogs. Euch wird nicht langweilig auf meinem Kanal, ja. Also wenn euch das Video gefallen hat, bitte lasst einen Daumen nach oben da. Abonniert den Kanal. Drückt auf die Glocke und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Ciao! 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 Bis zum nächsten Mal! Bildi. Bis zum nächsten Mal.